Hallo meine Damen und Herren und willkommen zum Kunden kurzfristigen und spontanen Let's Play Nummer 5 Hallo und was scheint Wunder diesmal wieder mit meinem kleinen Noob-Gefährten Philipp Acker Teslog Acker Essex Acker Acker und heute ein ganz kurzes Let's Play auf abzieht komm lass den killen ich bin tot okay ein Kill habe ich schon mal okay schnell schnell was soll unser heutiges Thema wir haben uns nichts ausgedacht heute ist und ich kann mich nicht konzentrieren und das ja 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 unser fünftes bevor es dann hier los geht möchten wir noch kurz sagen dass wir sobald irgendjemand und das hat wohl anfragen schickt tue ich doch die ganze Zeit Anfragen schickt zum Beispiel dass wir ihnen ein Tutorial machen sollen oder sonst irgendwas Prozent dass wir dieser Anfrage nachkommen werden und direkt perfekt detailliertes Tutorial zusammenbasteln werden wir stecken uns sogar extra für unsere YouTube Abonnenten an ja guck mal das seid ihr hinter hier pass auf erst mal muss der hier dran glauben und der tötet mich hey du bist in der ja sogar dieses mal besser als ich du bist du bist so abzieht Player wechseln ja ich weiß hat auf meine Hilfe geklaut keine Ahnung ich bin mal kurz ein erstes die Arme gelaufen wir haben werden davor die ganze Zeit die HP abgezogen und ich treffe die ganze Zeit nicht was mir ein Wunder Klima von hinten nein ich mach von vorne das sollte jetzt keine Anspielung sein nein jetzt bist du wieder besser achso ja nächstes Let's Play höchstwahrscheinlich wieder mal mit unserer Kätzchen bei Bündnis Entry kein Bock grad hat ich muss irgendwann noch eine äh Let's Play mit Ritzenschimmel machen weil ich Ritzenschimmel ey bester Name ever ja aber es hängt der Let's Player und wir müssen Fame von ihm klonen oh wir müssen Fame von ihm klonen meine ich bin zu blödes zu benutzen Alex hilf mir was dein Gehirn Schmaß ich sperme mich durchs Leben 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 das ist so schön auf was man muss Oh mein Gott der Steintracht hat ich mein Hit das ist so cool so man zwei ach jetzt nur bis selber verdammt ich wollte mir eigentlich die Köln wegnehmen du Kleider ach ich war schon immer ich möchte ich das Gegner aber wir gewinnen so was von sowas von wir sind grad mal vier Punkte im Forum na und ihr gewöhnt denn trotzdem wow du Alex kann zählen was für ein Wunder nein ist er grad da hinten Penner nein er macht semi-snipe glaube ich ich weiß ich hab nicht hingeguckt auf jeden Fall hat mich jemand getroffen von da oben weil der hör auf damit echt ey okay Alex da kommt bitte ich habe nur noch sie im HP ja 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 ich gibt hier in der Kurve ich versuche es nicht 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 aber das ist öffentliche aber die die Folgen Lubs Prozent ja sie sind ich will ja nicht die Gemeinschaft sie sind besser als du Keiner ist besser als du Ich muss immer auch noch den Kill weil wir so nett sind und einfach mal runterspringen weil man sich nicht auf der Map kann und was sollen wir noch dazu sagen wir sind unfair und wir spielen mit den Wiesens und Tricks und ja ja wir sind echt cool Cheetah und ich suche immer noch das Blatt wo das heutige Thema drauf stellen sollte und da ich es nicht finde, werden wir einfach weiter wirres Zeug labern Ja gut, du hast ihn getötet Pass auf Boah ey Du gewinnst nicht gegen meine Aja, verdammt, er hat gewonnen gegen meine Aja Das kommt echt cool Nein, er ist schon ehrlich, er hat gerade so hart Irgendeiner von uns leckt gerade sehr hart und ich habe das Gefühl, dass ich das bin Nein, ich lege nicht Nein, auf jeden Fall ist der Gegner gerade in der Luft stecken geblieben, dabei sieht er gar nicht so fett aus Nein, er hat ein Kind mehr als ich Und da einer hat 8 Kills und 10 Tore Nein, nicht 8 Kills, was weiß ich, ist das eigentlich ziemlich peinlich der schlechteste rum zu sein Aber es kommt ja nicht auf den Spieler, äh doch es kommt doch den Spieler an, ne? Ja schon, ne? Wäre schon falsch nenne ich Es kommt nicht auf das Account an und ich fehlt gerade alles was man nur fehlen kann für den mädchen gespielt wird wer ich auch nicht bei mir ist die scheiße gerade auch übrigens ab und ihr trotz ab 150 ab und jetzt geht es weiter der abhundert abhundertfünftiger ist noch mehr an der wird der ja auch abhundert abhundert 50 an das geht also jede 50 abhunderten das kräftige weiteres geben aber natürlich die erste nicht in der spästchen nicht auf das sind die hoheit es jedes mal kommt man nebenbei mehr letztlich dazu zu. Tutorials, AP-Videos, alles mögliche, kommt auch noch hinzu. Gameplays laden wir auch noch hoch, aber die Gameplays verspricht mir. Ich verspreche nicht, dass sie gut werden, die Gameplays. Montagen, wenn ihr wollt, ebenfalls. Mann, wir werden... Scheiße, meine Raum... die Raum... die... diese Epic-Lags sind einfach so genius. Ich glaube, ich bekomme Kick oder so, weil ich Scheiße lege. Ich lege wie Scheiße und mehr als Scheiße. Ich glaube, ich lege so hart, dass du mich nicht mehr hörst, oder? Doch, ich höre schon. Bei mir kommt kein Respawn. Das ist... oh ja, jetzt kommt er. Ich habe durch meine Legs beide getötet. Und sie haben mich getötet, aber ich habe sie getötet. Das ist das Einzige, was passiert. Genau. Was auch sonst, ne? Mann, töt ihn nicht. Ich habe ihn voll viel AP abgezogen. Diese versichteten Legs, wo kommen die auf einmal her? Ich habe den ganzen Tag... Legtes Legtes im Internet oder Legtes Name Let's Play? Nein, es legt im Internet. Ich habe keine Ahnung, wieso ist bei mir auf einmal angefangen zu Legen. Ich glaube, ihre Mutter hat sich über mein WLAN-Kabel hergemacht. Oh, da kommt er. Ha, ich habe dich gesehen und du kannst mich nicht... Verdammt, er hat mich gekillt. Voll die Noob Let's Plays, ey. Und du triffst dich mit Bind. Ja, ich bin gerade fail. Mann! Ich dann ihn und... Meine Fresse, das muss ich auch noch... Mann! Stirb doch mal. Das muss ich dir auch noch helfen. Ich meine, das war der größte Bind-Fail, den ich jemals im Leben hatte. Ja, du hast dreimal nicht getroffen. Ich hätte am liebsten gesagt, das war der größte Unfall, aber du weißt genau, was der größte Unfall war. Was denn? Ich will jetzt nicht über Privates anfangen. Aha. Willst du nicht? Nein. Boah. Ähm. Heute nicht. Mann, dieses Opfer. Okay, keine Beleidigungen. Keine Beleidigungen. Wir sind ein Anti-Flamer-Clan. Dieser fette... Ich meine, dieser nette Mensch. Ich... Hey, dieser... F-F-F-F... Punkt, 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 Punkt. Diese Textpassage wurde von der GEMA zensiert, weil die GEMA euch aussorgt, bis euch die YouTube-Lieder ausgehen. Und die Beleidigungen. Ich meine, manche Beleidigungen sind ja nicht ernst gemeint und lustig. Die versiffte GEMA sollte ja mal aufhören. Beleidigen wir, dass sie nicht die GEMA, sonst spät sie auch noch unsere Videos. Oh ja, genau, dann spät sie auch noch unsere Videos. Hey, die GEMA, die GEMA nimmt ja alles. Naja, sie ist wenigstens nett, sie nimmt die nicht die Luft zum Atmen, naja, solange sie noch nichts kostet. Es gibt ja noch genug Luft, ich wette, wenn es weniger Luft auf der Welt geben wird, wird sie die auch die klauen. Es gibt doch schon genug. Naja. Ah, wir haben immer noch 10 Punkte. Das Let's Play ist gleich zu Ende. Ja, ich weiß. Wir sind total planlos, auf jeden Fall. In den nächsten Let's Plays werden folgen. Was war eigentlich, haben wir nicht im dritten gesagt, dass wir irgendwas mit lustigen Anime-Titeln machen? Ja, lustige Anime-Titel, die kommen später. Und ich muss noch die Bibel, ähm, also umschreiben. Ja, genau, in S4Lead-Sprache. Ja, ich muss die, ich schreibe die Bibel in S4Lead-Sprache um. Weil wir zumindest die erste Seite, oder zwei Seiten, kommt drauf an, wie lang das Let's Play wird. Mann, der eine hat mehr Kills als ich von den Gegnern. Das kotzt mich grad voll an. Was denn? Wenigstens ist es dieses Mal nicht so schlecht, wie die letzten 10.000 Mal. Ja, ich weiß, ähm, was sagen wir, es gilt gewonnen. Mit der Zeit wirst du besser und besser. Ja, es geht ja dann einfach schlechter und schlechter. Ja, ich bleib bei dir besser und besser. Ja, was soll der Scheiß? Okay. Ja, ne, voll der Scheiß. Ich versuche, um was zu binden. Ich soll's ihn verlassen. Ich kann eigentlich binden, aber die kann ich nur mit meinen Penner. Ja, du fällst grad irgendwie heute voll. Ja, schlechte Laune halt, du weißt. Ja, jedes Mal, wenn ich das erwähne, ich wette, die Leute. Ja, wir wollen dann wissen, was es geht. Dein Kuscheltier ist verloren gegangen. Wer ist denn? Keine Witz über Kuscheltiere. Kuscheltiere sind ein ernstes Thema. Ich bin doch auch im Clan, weil du nicht rum. Ja, achso, äh, da wir schon bei Schleichwerbung. Da wir schon bei Schleichwerbung, Schleichwerbung. Schleichwerbung, bla bla, Kuscheltiere, bla bla, bester Clan ever. Voll lustig. Ja, okay, okay, ähm, wir lieben euch. Viel Spaß noch, die nächsten Let's Plays werden nicht so wack gescheiße wie jetzt, aber wir haben halt lange Weile. Und tschüss, wir lieben euch. Ciao.